das ist Sonntag und das ist Zeit für den Letztalk und wir reden heute über PS4 und Xbox 27 und ich würde sagen wir fahren mal mit der PS4 an und in den also bei den Entwicklern heißt es Orbis am Anfang und jetzt haben sie es unbenannt in Omni der Name ist noch nicht so bekannt es wird vielleicht PS4 oder Omni heißen und ja jetzt mal zur Grafik es wird die Unreal Engine 4 und Frostbites 2 wird mit voller Kraft laufen können und dann gibt es den Omni Viewer das ist so ein Ding was man kaufen kann 70 Euro kann man es dazu kaufen und den stellt man halt hin und das erkennt den Kopf die Kopfbewegungen und so und es kann angeblich jeden Fernseher 3D fähig machen ich weiß nicht wie das gehen soll aber ist sie haben es geschrieben also sind nur ein Gerücht natürlich und die Controller haben Sensoren die Schweiß, Puls und Temperatur erkennen ich weiß nicht für was das brauchen in die Spiele vielleicht bei irgendwelchen Spielen werden sie es vielleicht verwenden oder weiß ich nicht keine Ahnung was und sie wird wahrscheinlich im September 2013 rauskommen in zwei Versionen die eine Version ist ohne dem Omni Viewer also wo es nicht jeden Fernseher 3D machen kann das ist die große 270 bis 300 Euro und der mit Omni Viewer kostet 345 bis 380 Euro und beide sollen 120 GB Speicher haben dann gehen wir mal zur Xbox weiter also die Xbox heißt Durango bei den Herstellern normal also bei der Microsoft und sie soll zum Schluss heißen vielleicht Durango, Xbox oder Xbox 720 aber Xbox wäre eigentlich wieder ein bisschen verwirrend wenn man ein Spiel auf Ebay kaufen würde dann steht Xbox kennt man sich vielleicht nicht aus oder bei Amazon oder im Geschäft gibt es dir vielleicht ein altes Xbox Spiel wenn man ein neues haben will keine Ahnung ahja und dann zur Leistung es soll eine enorm starke Leistung haben 4 bis 6 mal stärker als die Wii U und 3 bis 2 mal höher als bei der PS4 oder ORBIS ist ja genau das gleiche es soll Kinect 2.0 haben das ist bis zu 4 Personen dann gibt es die Live Wall das ist ja wie der Omni Viewer halt braucht es kein Headset weil beim Omni Viewer muss man irgendwas aufsetzen dass der Omni Viewer das erkennt ja und vielleicht braucht man da Kinect dazu ich weiß nicht wahrscheinlich braucht man Kinect 2.0 dass man das Live Wall Ding machen kann sie soll Ende 2013 rauskommen vielleicht auch September September glaube ich und sie soll 380 Euro kosten wie bei der PS4 mit Omni Viewer und es soll kostenlos sein also Gold soll kostenlos sein und das sind euch alle gewesen alle Daten das können natürlich sind alles Gerüchte natürlich es sind noch keine richtig bestätigten Sachen dabei von PS4 Sony und Microsoft sind natürlich nicht bestätigte Daten und also könnt alles stimmen oder die Hälfte stimmen oder fast gar nicht stimmen aber ich bin mir sicher ein paar Daten werden sicher stimmen und danke fürs Zusehen schreibt in die Kommentare was nächsten Sonntag beim Let's Talk dabei sein soll vielleicht nächstes Call of Duty BMW 4 oder so keine Ahnung was ihr wollt schreibt in die Kommentare und das war's danke fürs Zusehen Ciao in drained in die Details die die Untertitelung des ZDF, 2020